Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann. Heilandsvorte Milliarden und Millionen Mangel. Mein Jesus, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen Mal opfern wir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf. Für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens. Und mit ihren Bluttränen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Und ich kann sie retten, verkünde es Heilandsvorte. Ich brauche Sühne, Seelen, die dieses Gebet täglich, womöglich, mehrmals beten. Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder. Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft. Und auch ich segne euch, eure liebe Mutter. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb. Und zu allen deinem Segen. Vielen Dank. Vielen Dank.